Die Pressekonferenz des Präsidenten fängt an. Hi, ich bin euer Präsident. Das Wohl meiner Wähler liegt mir mehr als alles andere am Herzen. Hier ist die Tochter des Präsidenten. Adele, sie ist nicht das einfachste Mädchen. Ich komm nicht hoch, Adele. Wir sehen uns bald. Niemand sieht sie zu Adele? Sehr gut. Das ist die Entführung des Jahrhunderts. Hi. Oh, du bist ein Fan? Wie süß. Lächeln. Hashtag, mein Kidnapper. Ich poste es. Was? Smartphones sind nicht erlaubt. Ich werde dich fesseln. Okay, das sind Freundschaftsarmbänder, oder? Cool. Hier ist dein Essen. Ich kann nicht essen, wenn meine Hände gefesselt sind. Wie soll das gehen? Okay, ich werde dich losbinden. Sehr gut. Ich werde ein Bild von diesem Essen machen. Binde mich wieder fest. Du bist echt komisch. Oh, Mann. Es ist echt total lustig. Oh, genau. 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 Ich brauche Lösegeld. Mr. President. Hier sind die Forderungen des Kidnappers. Eine Million Dollar? Und ein Hubschrauber? Okay. Hier, gib ihm das. Guten Morgen. Oh, ein weiterer Tag als Kidnapper. Heute ist Freitag? Ich bin bereit. Kaltes Wasser ist so erfrischend. Ich werde erst mal meine Zähne putzen. Warte, was zum... Was macht ihr hier? Das sind meine Sachen. Das sind meine Sachen. Was ist denn hier los? Ich fühle mich hier wie zu Hause. Oh, ein Hubschrauber. Der ist bestimmt für dich. Endlich. Mein Lösegeld. Ich kann es nicht erwarten, Millionär zu werden. Was? Nein? Was hast du da? Oh. Hi. Warum? Ich hätte es wissen müssen. Ich habe versagt. Das ist Schicksal. Ich werde erst mal sauber machen. Hey. Ich habe deine ganzen Waffen gewaschen. Was? Sie waren alle total fettig. Zieh sie dir an. Toll, oder? Eine Regenbogen-Toilette? Nein. Das ist zu viel. Zeit für Plan B. Schaut euch meinen Instagram-Filter an. Hi. Ich ziehe 200.000 ab. Ein neues Lösegeld-Angebot, Mr. President. Daddies kleines Mädchen. Hier. Gib dem Kidnapper diesen Koffer. Und meine Glückwünsche. Ich werde noch verrückt. Oh, da ist jemand. Hier ist deine Bestellung. Danke. Endlich. Nein? Das kann noch nicht wahr sein. Yay. Wir können den Tag zusammen verbringen. Hier, sieh mal. Wie süß. Mein Baby. Selfie-Zeit. Aw. Mm-mm. Bye, Adele. Puh, endlich bin ich sie los. Hi. Mein Dad hat einen Brief für dich. Was? Er will sie nur für eine Million Dollar zurückhaben? Komm mit. Warte hier. Das Haus von Beyoncé ist dort. Wo? Hey, Kidnapper. Es hat geklappt. Was? Du schon wieder? Hi. Hast du mich vermisst? Ich werde dich nie verlassen. Das darf doch nicht wahr sein. Woher bekomme ich eine Million Dollar? Ich kann als Kassierer mein Geld verdienen. Brauchst du Hilfe? Klar würde dir stehen. Sei vorsichtig. Der Boden wurde gewischt. Danke. Hier ist deine Rechnung. Und hier ist deine. Danke fürs Trinkgeld. 27 Mäuse? Das reicht nicht. Ich brauche mehr Ideen. Oh, cooler Springbrunnen. Hier ist deine Glücksmünze. Danke. Eine Münze fürs Glück. Mehr. Wie bitte? Wirf mehr rein. Gib mir deine Brieftasche. Danke. Ich habe kein Bargeld dabei. Du kannst deine Karte benutzen. Puh, wir sind dann kommen. Hey, ist das nicht Mike? Was gibt's, Kumpel? Hast du einen neuen Job? Halt! Halt! Hast du gesehen, wo die Diebe hingegangen sind? Da lang? Danke. Danke, Leute. Der Springbrunnen schließt jetzt. Eine Million Dollar. Mach dich bereit. Wir gehen. Mr. President. Hier ist das Lösegeld. Danke, Mike. War mir ein Vergnügen, mit dir Geschäfte zu machen. Willkommen zu Hause, Adele. Endlich bin ich frei. Oh, da ist Adele. Meine Lieblingsgefangene. Ich vermiss sie. Was, wenn ich? Hey, lass uns nach Hause gehen. Halt! Das ist die Tochter des Präsidenten. Wie fandet ihr unsere neue Liebesgeschichte? Schreibt uns, welches Ende ihr erwartet hättet. Wir sind gespannt. Vergesst nicht, uns zu abonnieren. Und drückt auch auf die Glocke, damit ihr keine neuen Videos mehr verpasst. Wir freuen uns. Bis zum nächsten Mal. 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 Bis zum nächsten Mal.